Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie sich unsere beste RAID-Wiederstellungsoftware an. RAID ist eine Technologie, die es ermöglicht, mehrere Festplatten in einem einzigen RAID zu kombinieren, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und die Daten zu schützen. Aber auch mit RAID ist es möglich, Daten aufgrund verschiedener Ausfälle, Fälle oder Beschädigungen zu verlieren. In solchen Situationen kann Datenwiederstellungsoftware helfen. Wir werfen einen Blick auf die besten Programme, die für die Wiederstellung von RAID-Daten geeignet sind. Für unseren Test haben wir die sechs beliebtesten Programme ausgewählt, die laut ihren Entwicklern dabei helfen können, verlorene Daten wiederzustellen oder Daten von einem abgestürztes RAID-RAID zu retten. Im Video werden wir die Programme Disk-Intercance-RAID-Recovery, User-Aus-RAID-Data-Recovery, Hight-Mate-RAID-Recovery, Requiem-Free-RAID-Recovery, RStudio und UFC-Explorer-RAID-Recovery untersuchen. Auf der offiziellen Website jedes der ausgewählten Programme wird angekündigt, dass sie die Datenrettung aus RAID-RAID unterstützen. Einige Programme unterstützen leider nicht die Datenrettung von RAID 6 und kombinierte RAID 10, 50, 60. In der Tabelle können Sie sehen, welche RAID-Level von der Software unterstützt werden. Bei den Dateisystemen verhält sich ähnlich, wobei einige der Programme nur einige der am meisten ungepatchen Dateisysteme unterstützen, was bei der Auswahl eines Wiederherstellungsprogramms ebenfalls zu berücksichtigen ist. Das erste Tool aus unserem Top-Auswählen ist Disk-Internals RAID-Recovery. Es ist in der Lage, Daten von RAID 0, 1, 4, 5, 6 und GBOT-RAIDs sowie von kombinierten Typen 50, 60 wiederzustellen. Das Programm unterstützt die Dateisysteme NTFS, FAT, REFs, XFAT, XVS, XT2, 3, 4, XFS und UFS. Das Programm unterstützt sowohl die manuelle als auch die vollautomatische Erkennung von grundlegenden Parametern wie RAID-Type, RAID-Controller-Type, Streifgröße und Westplatten-Reifenfolger. Zu den Vorteilen gehören die folgenden. Automatisches Erkennen und Wiederherstellen von RAID-Arrays unterstützt eine breite Palette von RAID-Typen. Zerhärten von Scans stehen dem Benutzer zur Verfügung. Schnellwiederherstellung S-Modus und Verständigerwiederherstellungsmodus. Nachteile, geringe Scan-Geschwindigkeit, nur mit Windows-kompatibel. Die kostenlose Testversion enthält eine Dateivorschau, aber keine Wiederherstellung von Dateien. Mein erster Test war ein klassischer RAID 5 mit einem BATREF-Testsystem auf drei Festplatten, aber ich musste den Test verschieben, weil die Software dieses Dateisystem nicht unterstützt. Das RAID wurde mit einem NAS-Gerät von Synology erstellt. Das BATREF-Testsystem wird häufig zum Aufbau von RAID in vielen NAS-Geräten verwendet. Daher ist es ein erheblicher Nachteil. Diese US RAID Data Recovery ist ein weiteres beliebtes Kult zur Wiederherstellung von Daten aus RAID-Arrays. Es kann Daten von verschiedenen RAID-Typen wiederherstellen, anschließend RAID 1, RAID 0, RAID 5, RAID 6 und RAID 10. Es unterstützt mehrere Dateisysteme, darunter NTFS, FAT, XFS+, REFS und EXT234. Wie sein Vorgänger unterstützt es jedoch nicht die Wiederherstellung aus dem BATREF-Testsystem. Einer der Vorteile von US-US RAID Data Recovery ist die einfache Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, Dateien von der Wiederherstellung in der Vorschau anzuzeigen. Darüber hinaus ermöglicht das Programm die Wiederherstellung von Daten von bestätigten Festplatten und die Wiederherstellung von Daten nach der Petitionsformatierung. Die Software kann keine RAID-Festplatten zusammensetzen. Wenn Sie die Laufwerke einzeln scannen, kann die Software nicht die gesamte Menge an Dateien wiederherstellen. Die meisten oder sogar alle Daten werden beschädigt. Der Punkt ist, dass beim Speichern von Dateien auf einem Festplatten-Array diese teilweise auf jede Festplatte geschrieben werden, sodass Teile einer einzelnen Datei auf alle Festplatten des RAIDs geschrieben werden können. Wenn Sie eine Festplatte auslesen, kann die Software nur einen Teil der Datei wiederherstellen. Außerdem haben sich einige Benutzer über lange Scan- und Wiederherstellungszeiten beschwert und darüber, dass einige Dateien nicht wiederhergestellt werden konnten. Dritte Software auf der Liste, Hacknet Rate Recovery. Hacknet Rate Recovery ist eine leistungsstarke RAID-Wiederherstellungssoftware. Sie ermöglicht die Wiederherstellung von Daten aus allen gängigen RAID 0, 1, 4, 5, 6 sowie aus RAID kombinierten von 10, 50, 60 etc. Die Software kann physische Laufwerke scannen, Daten von beschädigten oder gelöschten Petitionen wiederherstellen, anschließend gelöschten logischen Volumes. Mit Hacknet Rate Recovery können Sie Daten von Arrays wiederherstellen, die formatiert oder aufgrund von Fehlern des Disk-Array-Controllers, Synchronisierungsfehlern oder anderen Ursachen beschädigt wurden. Das Tool unterstützt verschiedene Arten von Dateisystemen. NTFS, FAT, XFAT, REFs, XFS+, XT234 und andere anschließend PetRefs. Hacknet Rate Recovery hat eine intuitive Benutzeroberfläche, die es Ihnen ermöglicht, schnell mit der Wiederherstellung von Daten zu beginnen, ohne dass Sie mehrere Seiten der Dokumentation studieren müssen. Es ist sowohl für Empfänger als auch für professionelle Anwender mit Erfahrung in der Datenrettung einfach zu bedienen. Es enthält eine Funktion zur Erstellung von Disk-Images, die für eine später Wiederherstellung verwendet werden können, wodurch die originalen Daten von weiteren Schäden geschützt werden. Mit der Software können Sie eine Vorschau der Datei anzeigen und auswählen, welche Dateien wiederherstellt werden sollen. Sie können damit sowohl Daten aus einem zerstörten Red als auch verschiedentlich gelöschte Dateien wiederherstellen, sowohl von physischen als auch von Netzlaufwerken wie z.B. ICCSI. Hacknet Rate Recovery läuft unter Windows und unterstützt die meisten Ärzte von Festplatten in Rates. Es kann auch Dateien von anderen Systemen wiederherstellen, da es die meisten Dateisysteme unterstützt. Wie Sie sehen können, hatte das Programm keine Probleme, die zerstörten Red-Fastplatten wieder zusammenzusetzen. Die Software identifizierte den Red-Typ, das Dateisystem und andere Parameter des Rates. Es gibt zwei Erden der Analyse, die schnelle Suche und die vollständige Analyse. Die verschiedene Analyse umfasst eine Suchoption aus der Grundlage von Dateienhalten. Das Programm zeigt die Daten bereits nach dem Schnellscan an, was um eine Menge Zeit erspart hat, da die Dauer der verständlichen Analyse viel langer ist. Die Struktur des Festplatten-Rates, alle Ordner und Dateinamen bleiben erhalten. Die Software hat diesen Test sehr gut gemeistert. Auf der Plusseiten kann Folgendes verfolgen werden. Das Programm ist einfach zu beginnen und dennoch funktionell. Es enthält viele gespeicherte Voreinstellungen von RA-Kombinationen, die von bekannten Controller-Herstellern verwendet werden. Das spart Ihnen Zeit. Es werden alle wichtigen RAID-Levels unterstützt. Es gibt auch eine portable Version des Programms. Nachteile. Kann nur auf Windows Prozess installiert werden. Mit der kostenlosen Test-Version können Sie keine Dateien wiederherstellen, sondern sie nur ansehen. Die folgende Reclaim Mini-Freight Recovery Software. Diese kostenlose Software kann Daten von allen Erden von RAID-RS wiederherstellen und unterstützt alle wichtigen Dateisysteme. Die Daten werden automatisch wiederhergestellt, was die Verwendung dieses Programms einfach und benutzerfreundlich macht. Aber die tatsächliche Wiederherstellung der Daten ist mühsam. Die Software setzt ein zerstoßtes RAID nicht automatisch wieder zusammen. Um den Scan-Vorgang zu starten, müssen Sie die Festplatten markieren, aus denen es bestand und auf die entsprechende Schaltfläche klicken, um den spezifischen RAID-Typ zu starten. Es gibt keine Möglichkeit, die Art der Analyse auszuwählen und es ist auch nicht möglich, den Inhalt der Festplatten in der Vorschau anzuzeigen. Die Analyse der Festplatten dauert recht lang. Es wird hochwahrscheinlich eine Inhaltssuche durchführen, der Ergebnisse eine oder mehrere Stunden warten müssen. Das Programm belegt den letzten Platz in unserer Top-Liste. Ja, es hat einen wichtigsten Vorteil. Es ist kostenlos, aber ob Ihnen die Zeitpartnis das wert ist, müssen Sie selbst entscheiden. Möglicherweise müssen Sie sich trotzdem nach einem anderen Programm umsehen. Das Ergebnis der Analyse ist der folgende Fehler. Der Plattensatz kann nicht verarbeitet werden. Auch das Btrs-Dateisystem wird nicht unterstützt. Das folgende Programm ist RStudio. Es kann auch mit jeder Art von RAID umgehen und unterstützt alle wichtigen Dateisysteme. Es hat eine benutzerfreundliche Oberfläche und bietet umfangreiche Such- und Widerstellungsfunktionen auch für gelockte und beschädigte Dateien. Es erstellt keine RAID-Platten mit dem Btrs-Dateisystem. Wahrscheinlich unterstützt es dieses System nicht. EOXI Explorer ist ein leistungsfähiges und zuverlässiges Datenrettungsprogramm für die Wiederstellung von Daten aus RAID-RS sowie anderen Datensparnchen wie Festplatten, CCD-Laufwerken, Flaschläufe, und CD-DWD-Disk. Es unterstützt eine große Anzahl von Datensystemen, anschließend NTFS, FAT-T32, RXT2, RXT3, Reise-RS, XFS, HFS, HFS+, APFS, BTFS und viele andere. EOXI Explorer bietet die Möglichkeit, Daten von beschädigten RAID-RS und Festplatten wiederherzustellen, sowie gelöschte Dateien und Partitionen wiederherzustellen. Es bietet viele Absurdien zum Scannen und Suchen nach Dateien, was eine effizientere Wiederherstellung von verlorenen Daten ermöglicht. Darüber hinaus kann EOXI Explorer Bilder von Festplatten und RS für die späteren Wiederherstellung erstellen, was die originalen Daten vor zusätzlichen Schädenschutz. Das Programm zeigt den Namen des Datenträgers mit dem Material-Dateisystem an, aber er wird nicht als RAID 5 erkannt. Werfen wir einen Blick auf seinen Inhalt. Wie Sie sehen können, ist es gelungen, das abgestürzte RAID aus den Festplatten wieder zusammenzusetzen, alle Dateien zu finden, die Struktur, Dateinamen und Orden zu speichern. Alle Dateien werden in der Vorschau angezeigt. Aus dem Test kann man also nur zwei Programme bestimmen, die fächig sind, Daten aus RAID 5 mit dem Dateisystem WTFL wiederherzustellen. EOXI Explorer RAID Recovery und Headband RAID Recovery. Andere unterstützen die Wiederherstellung aus der gegebenen Festplatten-Konfiguration nicht. Unser nächster Test wird mit dem Testsystem EXT 4 durchgeführt und alle Programme aus dieser Liste unterstützt an. Schauen wir mal, ob Sie das RAID aufbauen und Dateien daraus wiederherstellen können. Also, der erste aus der Liste ist dies internals. Wie Sie sehen können, hat das Programm ein RAID aus den Festplatten gebaut, der den Typ bestimmt und die Festplatten angesetzt, die Sie unsere Datenpartitionen sehen können. Hier ist die Funktion, um den Inhalt der Festplatte zu sehen, wenn die Daten nicht gelöscht wurden. Reist es, die restlichen Dateien auf der Festplatte zu sehen. Der Rest der Dateien ist dort, wo er sein wird sollte. Eine Verschau ist verfügbar. Schauen wir uns nun an, wie das Programm mit gelöschten Dateien umgeht. Führen Sie eine Schnellsuche durch. Hohen Reise. Das Programm hat gelöschte Dateien gefunden, aber sie sind alle gelöscht und werden nicht in der Vorschau angezeigt. Solche Dateien können nicht wiederhergestellt werden. Das Programm kann mit einer schnellen Datenträgeranalyse keine Dateien wiederherzustellen. Ein verständlicher Scan dauert viel länger. Das Programm hat gelöscht. Das Programm hat gelöscht. Das Programm hat gelöscht. Nach einem vollständigen Scan hat die Software zwar gelöschte Dateien gefunden, diese werden jedoch nicht im Vorschaufenster angezeigt, da ihre Größe 0 Byte beträgt. Ihre Wiedererstellung wird nicht erfolgreich sein. Das nächste aus der Liste ist das Programm von Reals News. Wie Sie sehen können, erstellt das Programm kein RAID und es gibt keine manuelle Erstellungsfunktion. Das Programm bietet an, die Laufwerke separat zu scannen. In diesem Fall wird die Datenwiedererstellung aus einem RAID hochwahrscheinlich verschlagen. Unter dem Strich ist die Software nicht in der Lage, Daten aus einem RAID wiederzustellen, auch wenn die Website der Hersteller etwas anderes behauptet. Das nächste Programm aus der Liste ist Headwind RAID Recovery. Es setzt die Versplatten des zerstörsten RAID automatisch wieder zusammen, wenn es gestartet wird. Es bestimmt den Typ, das Dateisystem und andere Parameter. Um die gefundenen Dateien zu sehen, müssen Sie die Laufwerke analysieren und einen Quickscan durchführen. Dadurch werden die Laufwerke sofort gescannt und die gefundenen Dateien angezeigt. Wie Sie sehen können, werden alle auf dem Laufwerk verbleibenden Dateien sowie gelöschte Dateien angezeigt, die mit einem roten Kreuz markiert sind. Der Inhalt aller Dateien kann in der Vorschau angezeigt werden, schließlich der gelöschte Datei. Eine vollständige Analyse ist in diesem Fall nicht notwendig und wir haben dadurch viel Zeit gespart. Schauen wir uns an, was das kostenlose Reclaim leisten kann. Überprüfen Sie die Versplatten und starten Sie einen RAID-5-Scan. Wieder erhalten wir eine Fehlermeldung. Das Programm schreibt, dass die Versplatten gelöscht werden sind. Das Programm kann das RAID nicht wiederherstellen und die Wiederherstellung schlägt fehl. Die Wiederherstellung von Daten aus einem RAID-Array mit diesem Dienstprogramm ist fragwürdig. Die gute Nachricht ist, dass es kostenlos ist, aber ich würde nicht darauf vertrauen, dass es die Daten wiederherstellen kann. Das betreffende RAID war nicht wiederherstellbar. Das nächste Programm auf der Liste ist RStudio. Seltsamerweise kann das Programm RAID nicht automatisch erstellen. Obwohl es diese RAID-4-Array und das XT4-Dateilsystem unterstützt. Auf der anderen Seite steht, dass es recht funktionell ist und die meisten RAID-Konfigurationen und Dateilsysteme unterstützt. Aber der Nachteil ist, dass es im Test verschwendende Konfigurationen nicht unterstützt. Das letzte Programm aus der ÖFC-Explorer-Liste, wie Sie sehen können, ist es gelungen, ein zerstörter RAID zu rekonstruieren. Das einzige, was es nicht anzeigt, ist sein YouTube. Es zeigt nur den Namen des Datenträgers an. Im Ansichtmodus zeigt es die Dateien an, die auf dem Datenträger übrig geblieben sind, aber das Programm zeigt nicht ihren Inhalt an. In anderen Ordens werden die Dateien angezeigt. Geläuschte Dateien werden im Ansichtmodus nicht angezeigt. Nach der Schnellüberprüfung ändert sich nichts. Das Programm hat keine gelöschten Dateien gefunden, einige von ihnen werden im Verschaummodus nicht angezeigt. Um gelöschte Dateien zu finden, müssen Sie eine verständliche Analyse durchführen, die viel länger dauert. Das Programmatisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Im Ergebnis konnte die Software auch nach einer verständigen Analyse keine gelöschten Daten finden. Positiv ist, dass die Software sehr funktionell ist und die meisten Ärzte von RAID und Datasystemen unterstützt. Der Nachteil ist, dass es nicht in der Lage war, gelöschte Daten in der RAID-Testkonfiguration zu finden. Zusammenfassend hatten wir sechs Tools im Test und sie haben die Ergebnisse gesehen, sodass sie nun entscheiden können, welches für sie das Richtige ist. Wie sie gesehen haben, hat jedes Tool seine eigenen Angeschaften und Vor- und Nachteile, aber die Wahl hängt von ihren eigenen Benutfnissen und vorlieben ab. Und abhängig davon, für welche Software sie sich entscheiden, ist es wichtig, dass sie bei der Arbeit mit RAID-Race bestimmte Regeln beachten, um eine Verschlimmerung der Situation zu vermeiden. Denken Sie daran, regelmäßig Datensicherungen zu erstellen und wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn Sie Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung Ihrer Daten haben. Und das war's. Wir hoffen, dass Sie unsere Informationen nützlich fanden und dass Sie Ihnen bei der Auswahl der Western RAID-Wiederherstellung-Software geholfen haben. Dann gehen Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für zu schauen. Auf Wiedersehen.